Hallo, herzlich willkommen wieder hier an der E-Bike Erlebniswelt. Er hat mir den Lauda. Ich darf Ihnen ein Vitali 4 für E-Bike vorstellen. Es sind ja Klappräder. Und wir haben sehr viele, viele, viele diese Modelle bei uns zum Probefahren da. Unter anderem auch mit einem Sattellift, mit kurzen Drehtkurbeln und das wir auch schon vorbereitet haben für kleine Personen. Denn die Vitalis sind geeignet für Menschen so ab etwa 1,40 Meter. Für die gibt es relativ wenig E-Bikes, vor allen Dingen erwachsenen E-Bikes. Mit 20 Zoll sind die Vitalis erwachsen. Sie haben halt kleine Füße, so wie auch Menschen kleine Füße haben und sind trotzdem erwachsen und groß. Ich zeige Ihnen jetzt diese Funktion. Und zwar, wenn Sie jetzt auf den Sattel steichern zum Beispiel und setzen Sie sich drauf und müssen mit beiden Füßen auf den Boden kommen, weil Unsicherheit und und und. Dann können Sie mittels einer Anfahrhilfe hier diesen Drehgriff betätigen und dann fährt es los. Sie haben dann schon Fuß auf dem Pedal stehen und dann fährt es los. Und wenn es dann rollt, dann heben Sie Ihr Gesäß einfach ein bisschen an, drücken hier das Hebele am Lenker und schwuppdiwupp ist er hochgegangen in den Sattel. Sie haben es gesehen. Zum Anhalten drückt man einfach das Hebele und durchs Körpergewicht fährt man wieder runter. Das geht natürlich auch sanfter. So und dann macht man ein bisschen vorsichtig und fährt runter. Interessant für alle, die zum Beispiel auch Knieprobleme haben und hoch sitzen müssen, damit das Bein sich ziemlich durchstrecke kann. Denn wenn die Kniebeuchung eingeschränkt ist, dann kann man natürlich nur minimal hier den Fuß hoch und runter heben. Und darum ist es wichtig, dass man dann beim Treten ganz hoch sitzt. Also das können Sie bei uns immer ausprobieren und testen. Wenn Sie größer sind, dann können wir das natürlich auch noch hoch machen. Sehen Sie? Und schwuppdiwupp machen Sie dann bei uns eine Probefahrt. Ansonsten, die Vitalis sind sehr robuste E-Fallträder. Sie werden von uns in Deutschland gefertigt. Sie haben das beste Zubehör, die beste Ausstattung, die man sich erdenken kann. Also ich bin so ein Qualitäts-Fan und wir bauen die auch schon seit 14, 15 Jahren jetzt schon nahezu immer gleich. Alles, was wir verbessern konnten, haben wir gemacht. Aber auch nur dann, wenn es sich bewährt hat, vorher in Versuchen. Und so gehen wir davon aus, Vitalis haben eine nahezu unbegrenzte Lebenserwartung. Man kann alles austauschen, wenn man was kaputt ist. Jeder Händler kann das. Und wir geben auch Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn auch Sie an so einem Faltrad interessiert sind, übrigens sehr leicht ist es auch noch, dann kommen Sie einfach mal bei uns vorbei oder gehen bei uns auf die Internetseite, gucken sich noch um. Sie können es auch direkt im Shop bestellen. Also dann, bis bald, Ihr Erhard Mott und mein ganzes Team.